hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren folge real farming ls19 meets reality auf der Grünfelder Land noch am düngen gleich am säen und dann müssen wir uns darum bemühen dass wir zum Schweinebauen kommen und da mit dem neuen Mitarbeiter Verwalter Besitzer keine Ahnung Herrn Nimmersatt zu korrespondieren dass wir da die Schweine abholen können 20 Stück habe ich ja geordert beziehungsweise würde er mir verkaufen das ist schon mal ganz gut kosten mich aber auch 24.000 jetzt ist nur die Frage ob sich das für mich noch lohnt ich kann ja froh sein dass ich für die Paletten nichts zahlen muss das Leder mit dem Leder weiß ich auch noch nichts anzufangen haben nämlich noch Leder vom Metzger die haben die die Viecher abgezogen und haben das Leder noch rumliegen muss ich mal gucken was ich damit dann anstehe das werde ich hier aber erst mal ansehen die Sojaböhnchen ansehen ich glaube den Düngestreuer stelle ich gleich auf die andere Straßenseite ich glaube den Düngsten Da war der Reifen zu breit. Das fällt so unregelmäßig. Ich glaube, ich ziehe da einfach mal eine Spur durch. So vielleicht. 190 könnte passen. Ich gehe mal mit dem Scheißversatz. Okay. 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 ich meine das ist passt bis auf die andere Seite da ist immer so eine Geschichte mit dem GPS diese neue Technik ist nicht immer so einfach so 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 und weiter geht's also wenn das Feld fertig ist dann werden wir rüber fahren und zum äh Herrn ähm wie hieß denn der jetzt noch gleich zu einem neuen Schweinebaum und werden da die Schweine erbohren ach ne ey jetzt hab ich die Sämaschine nicht angestellt gibt's doch nicht ey vor lauter Stress ey ach so ein Mist ey alles Zeit was flöten geht also worauf wir auf jeden Fall achten müssen ist die 20 Schweine die wir abholen die wird man einmal durch den Metzger durchlaufen lassen einmal den kompletten Fertigungsprozess bis zum Nackensteak ähm und den Würsteln aus den Abfällen sozusagen und dann muss ich exakt verkaufen um es sicher zu gehen wie viel also ob sich das für mich lohnt bei dem Preis zu kaufen ja weil es könnte sein dass es sich nicht lohnt und dann muss ich erneut in den Preis verhandeln aber erst muss ich checken ob ich äh da auch dran verdienen und deshalb äh ach sorry müssen wir da ganz schön genau äh acht geben ob und wie weit sich das lohnt so auch auf dem Trecker muss man trinken vielleicht nicht aus dem Glas aber trotzdem muss man trinken Alter ach bin ich schon wieder brutal heiß heute Abend nehmen so es wäre Es ist so warm. haben wir denn eigentlich mal wieder warte jetzt schauen wir gleich auf den Rückweg ob wir Holzkohle haben nicht dass die Gemeinde dann mal wieder Holzkohle braucht und ich hab nichts da so kommen wir dann mal ins Tablet rein Holzkohle haben wir nichts Holzkohle haben wir eine Palette zwei oh jetzt hab ich schon wieder nicht gesät Mensch ich dachte nämlich gerade schon das läuft viel zu denn der hat viel zu hohe drehzahl der glas gleiches kann irgendwie nicht sein so jetzt jetzt läuft die Drehzahl nämlich ganz anders hört ihr das? ähm bam 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 Holzlager Holzkohle leer Holzscheitel drei Paletten drin also ich muss tatsächlich äh da mal wieder ein bisschen Gas geben die Frage wäre halt an den äh neuen äh Schweindelhofbesitzer äh wie können wir eine sinnvolle Agrargemeinschaft tatsächlich gestalten das ist die Frage es muss im Grunde müsste man alles richtig festhalten wer hat welche Aufgaben Verpflichtung und ich werde natürlich auch nichts mehr machen so von wegen ähm boah ich zahle dir 2000 Euro pro Woche äh nur damit du Teil der Gemeinschaft bist nein 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 das wird es nicht geben so äh so mach ich das nicht mehr das hat sich nämlich für mich gar nicht gelohnt so ich will geht es eigentlich tatsächlich merkebar schneller mit der Sämaschine ich bin mir nicht ganz sicher gefühlsmäßig irgendwie nicht man sich trotzdem eine ganze Weile damit beschäftigt aber so ist es halt ja ohne fleiß keinen preis und ich denke aber unser genereller Profit ist ziemlich gut deshalb sollte ich mich nicht beschweren wir haben in den letzten zwei drei Wochen gut Umsatz gemacht und werden denke ich auch weiterhin relativ gut Geld machen können so warte mal das ist jetzt die erste Aussage von der zweiten Pacht das heißt ich muss eigentlich nach der nächsten Ernte sollte ich mal wieder Tiefen lockern dass die Erde mal wieder richtig durchmengt wird und der Nährstoffhaushalt wieder passt also bezüglich Agrargenossenschaft habe ich auch noch ein anderes Problem beziehungsweise ein richtiges Problem ist es ja nicht aber ich müsste natürlich den äh dem Spätzl da müsste ich natürlich auch einen Teil von dem Anhänger ausbezahlen was aber eigentlich kein Problem sein sollte der Anhänger ist auf knapp 30.000 geschätzt ähm ähm was bedeutet er würde circa 10.000 Euro kriegen also der Zeitwert vom Fahrzeug geteilt durch 3 der Schafbauer würde theoretisch was kriegen wobei ich überlege ob der dann überhaupt was kriegt falls der nochmal auftaucht keine Ahnung ähm ja das müsste ich müsste ich in Erfahrung bringen aber das machen wir dann wenn ich bei ihm bin äh wegen dem hier ähm na wie heißt es wegen dem Schwein und so lange sollte ich da auch nicht mehr für brauchen da fahre ich dann schnell an den Hof holen Mercedes um diesmal rüber zu dem ich hoffe mal dass ich sein LKW benutzen kann der Diesel war damit ja immer ein bisschen uh mein amerikanischer LKW ähm ich hoffe mal dass der äh wie hieß der denn Mario 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 kann ich mir glaube ich ziemlich gut nennen Nachnamen nennen habe ich schon wieder vergessen ähm dass der da glaube ich nicht ganz so Wert drauf legt auf diesen Truck so ich so so sind wir gleich schon durch, müssen wir nur noch das Vorgewende fahren, das setzen wir da vorne an und ziehen das einmal hier rum, oder beziehungsweise ich fahre jetzt hier schon mal runter und dann wende ich und dann fahre ich da vorne nochmal los. GPS können wir mal ausmachen. So. Gut, dann haben wir das Feld auch gleich fertig. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abbot und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.